Oh, oh, hundert... Hirnbeere auch noch eine Frucht gewesen und ein, und zwar Snacks. Hier ist eine fucking Wasserleiche. Ja, die finden wir jetzt, glaube ich, öfters hier. So, ist aber schon tot. Ja, mit tausend, ich weiß nicht. Ja. Also immer schön ins Wasser gucken, wenn da eine Wasserleiche ist. Immer schön auf den Kopf zielen und dann... Ja, aber, naher Kampf. Dann machst du einen Tritt, oder keine Ahnung, was du genau machst. Ich mach halt so einen fetten Tritt. Ich schlag ihn in den Tod, ich schneid ihn in den Kopf, aber fertig. Kurz und knackig. Oh, jetzt im Moor. Moor rein. Lauf doch nicht. Was ist denn da? Schläger. Das ist ja super. Lecken. Mit deinem scheiß Messer. Ey. Der Schläger muss mal hierhin kommen. Hier ist nämlich schön was zum Sprengen. Ja, ich hab mal nur kurz Medi rein. Komm, rüber, komm, rüber hier. Komm, rüber, komm, rüber hier. Komm, rüber, komm, rüber hier. Ja, ich bin schon da. Ich hab wohl schon die Waffe gezogen. Geh weg. Loser. Ja, verbrenne, du sagst. Hat er nix mitgehabt? Oder hast du schon eingesammelt? Hm. Scheiß Wasserleiche. Hier hat eben Gin angegriffen. Was gibt's da? Ah, diese Autos hier. Keins davon fährt. Ah. Tja. Vielleicht sollte man mal wieder eins zum Laufen bringen. Go to Cola, was da noch mal ist. Laggy. Ich mach mal mit. Ich extrem lagge manchmal. Aber hey, wen interessiert's? Mich nicht. Ey, komm, ich hab das letzte Mal gelaggt. Jetzt ist die wieder dran. Oh, da steht schon wieder ein Auto. Und hinten drauf sind immer so coole Körbe. Und da ist immer ein bisschen was drin. Oh. 50. Leer. Mhm. Ne schwere Pistole. Nehm ich die mit. 500 Euro, nehm ich die mal mit. Und ne LP 4000 Batterie. Schön. 500 Euro. Nein, 200 hat die die. Aber 500, äh, Geld bringt die mir. Wenn ich sie verkaufe. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen was, ne? Immerhin eine halbe Wasserleiche. Mhm. So, hier haben wir... ...einen Fallschirm. Mhm. Ich glaub, du kannst Geld auch ganz viel brauchen. Also ich brauch im Moment kein Geld. Na, das geht schneller als man denkt. Oh, jetzt nochmal. Mhm, ich hab 22.000. Hey, stinker. Ja, ich hab 6000, aber trotzdem. Wenn du jetzt einmal stirbst, sind schon mindestens, denke ich mal, 5000 oder so weg. Ja, gestern sind 2000 weggegangen. Oh, das dauert, das dauert nicht lang. Dann bist du wieder auf Null. Ja, aber wir wollten ja nicht sterben. Wollten wir noch nie. Du, du, du tust es trotzdem ständig. Ja, aber nicht so oft wie du. Ja, sag ich. Down. Naja. Ich dachte halt nicht. What? Oh, ein Dorf. Ein, ein... Dings. Mhm. Ein kaputtes Auto. Ja, Moment. Ja, mein Machete funktioniert. Warum tust du das? Es gehört sich nicht leicht zu treten. Ja, mach die Tür auf. Das würde ich dir geraten haben. Hey. Gut, gut. Kommst du? Ich hör dich nicht. Sprich mal. Oh, da bin ich wieder. Ja. Ja, mach doch auch die Tür wieder zu hoch. Egal, das war dann 70 Dollar. Hier ist Alkohol. Aufzeichnung. Äh. Ich nehme mal die Aufzeichnung. Ich nehme den Alkohol. Ich stehe in einem 4x4, folge ein Grupp von Survivoren, die in die Jungle gehen. Oh, das ist ein mieser Aufzeichnung. Das ist dein Populationcenter. Das könnte der Ende von allem sein. Die Leute müssen wissen, was das ist. Vielleicht können sie... Wenn man ein stabiles Brecheisen, Gewicht und Elektrizität zusammentut, folge den Anheisen unten und du erhältst die Chance, das selbst zu retten. Du musst nicht viel Arbeit reinstecken, aber der Effekt ist in den Garten. Das schwöre ich dir. Cool. Ich will trotzdem... Bauplan... Glühende Klinge, Haftbombe. Mavens mit Maels, aber das gibt's nicht. Hier sind zwei Dietrich-Kisten. Plan Blitz, ach mal. Hast du Klebeband zufällig? Ich weiß es nicht. Guck mal, Moment. Ja, neun. 3, natürlich nicht. 3, natürlich nicht. Können die drei haben? Lalalala... Weil ich will mal ein schweres Katana. So, danke. Danke, danke, danke. Schweres Katana, modifizieren. Kurzschloss. So, jetzt ne Schaufel. Mit 29 Schaden. Mhm. Boah, das sieht nett aus. Max jetzt schon. Guck dir das an. Nice, komm mal mit. Äh, falsche Richtung. Da lang, da lang, da lang. Oh, das ist nett. Äh, ja, bin dabei. Hier hinten drin. Ich bin schon unterwegs. Da sind zwei Kisten. Ja. Genau. Ach, die kann du nicht öffnen. Polo Machete und... Polo Machete... Automatisches Gewehr. Äh... Äh... Nämlich einmal mit... Können wir auch hören, sonst... Ich hab nämlich noch kein automatisches... Und ich will mal unbedingt... Inventar... Richtig umsortieren... Sicher. Stark. Brutale. Sicher. Stark. Die brauch ich nämlich jetzt nicht. Ich möchte gerne... Brauchst du irgendwas... Brauchst du die Polo Machete? Nein. Die 459 Schaden? Mhm. Gut. Eigentlich nicht. Also gut. Ich kennste halt benutzen, aber... Hm, ich benutze lieber... Stumpfe Waffen, is halt meins, ne. Au, 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 au. Ich glaub das Katana tut weh. Der über tausten Schaden. Also der Typ da drin. Ich denke zahl. oder wir gucken uns erst mal ein bisschen hier oben würde ich sagen ich gucke mir immer auf die Uhr an, ja wir haben eine Mission für uns ja, wir haben noch locker Zeit auf jeden Fall ja, gut Tobias, hallo Matutero told me to repair the gate unfortunately the tools are in the house by the pier and those things are over there die Leute, die nicht sterben Willst du mich mit ihnen helfen? Los geht's Wie immer gebongt Ich werde gleich hier Es ist nicht gut Wieso? Auf in die City Aber mal schauen So Kollege Ne Der ist tot Oh, Zahnräder, der hat Zahnräder im Arsch Und das hat er auch im Arsch, ja Frucht Ah, hier hin ist nix Ich glaube, wir müssten hier hoch Oh, Klebeband Hey Hier so Lappen Aber hier können wir so einmal rum Ach, ja, was, na Hm, hm, ja So Na, hier sitzt hier jemand Ziemlich paranoid Wo? Da. Cool. Hat er eine Quest für uns. Toll. Gibt es hier wirklich nur eine Nebenquest oder was? Eine Bratpfanne, ey. Das ist doch typisch. Also echt mal, warum gibt es die denn erst jetzt? Früher hätte ich die definitiv so stark genommen. Und da mit ein paar Leuten ein paar Zombies auf die Fresse gegeben. Ganz ehrlich, in der Küche hätte ich das gemacht. In der Küche hätte ich die Bratpfanne spätestens eingeführt. Ja, also. Hier oben geht es natürlich noch weiter. La 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 la. Ja, dann bettun sich nicht hoch, bist du dick. so das ist ja mal geil gebaut Junta so Mülltonne da liegt Fleisch drin oder irgend so was und hat keinen Boden die Tonne ist ja richtig toll was ist das hier? eine Universal-Axt eine Quest sehe ich hier gerade irgendwo komm oh ein Ausweis du 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 ich hab gerade mal noch mal schön meine Halberkarte hier auf dem Bett liegt ein Ausweis ja hab schon gesehen wollen wir Karte anquatschen ja er braucht sterben er braucht sterben wer denn ich glaube die erste Scheiße wurde übersprungen gut Todeswunsch Töte Vargas Schwierigkeitsgrad Schwierig Belohnung 3000 dp Bauplan high klingt ja klingt nett dann leidet er dann leidet er